Musik Hallo, mein Name ist Dirk König. Ich arbeite für Canoo in Basel in der Schweiz. Ich freue mich sehr hier zu sein auf der BATCON in Berlin. Ich bin immer wieder gerne hier. Ich finde es ein tolles Angebot, gerade auch für Studenten, dass man hier für ein geringes Geld ganz tolle Speaker sehen kann. Tolle Themen, interessante Leute und richtig viel lernen kann.